Der RPF 3 e.V. ist eine pauschal lotierte Unterstützungskasse und auf der Verwaltung der Fels-Penstrochen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine auf die Verwaltung von Unterstützungskassen spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Argumente und Rahmenbedingungen für die pauschal lotierte Unterstützungskasse verbessern sich ständig. Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewindung ist ein wichtiges Thema für viele Unternehmer. Bankenunabhängigkeit, Liquidität oder zumindest Liquiditätsreserven ist ein Bereich, der viele Unternehmer berührt und beschäftigt. Die Versicherungslandschaft mit überwiegend Anlage in Staatspapieren, Papiergeld statt Real- und Sachwerten, geringe Renditen sind Rahmenbedingungen, die die pauschal lotierte Unterstützungskasse mit einer freien Kapitalanlagemöglichkeit auch im eigenen Unternehmen ständig forcieren. Unser Anspruch ist es, ein System zu schaffen, das einen fairen Umgang zwischen allen Beteiligten sichert, Win-Win-Synergien und Vorteile schafft und eine langfristige Symbiose für alle Beteiligten erzeugt. Betriebliche Altersorgen ist ein komplexes, interdisziplinäres Thema, bestehend aus Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozialfügungsrecht, Betriebswirtschaft und Mathematik. Daneben ist eine Vielzahl von Personen und Institutionen in ein solches System involviert. Der begünstigte Arbeitnehmer hat eine sichere Rendite, eine starke und transparente Versorgung vom ersten Euro an. Ihr Unternehmen als Trägerunternehmen schöpft Liquidität, baut Reserven auf, hat motivierte Mitarbeiter, ein überdurchschnittlich transparentes Versorgungswerk, Rechtssicherheit und langfristig kompetente Partner. Der BAV-Berater implementiert ein betriebswirtschaftlich sinnvolles, nutzenbringendes Produkt, das alle überzeugt, erhält eine transparente, faire Vergütung und hat kompetente Unterstützung. Ihr Fachspezialist im Hintergrund bringen vernetzt und schnittsteinlos ihre Kompetenzen ein und schaffen maßgeschneiderte Systeme und Konzepte für viele Jahre und zum Nutzen aller Beteiligten. Das Versorgungswerk deckt und sichert als Gemeinzüge-Einrichtung die Versorgung und finanzielle Sorglosigkeit für Generationen von Arbeitnehmern und Unternehmen. Mit dem RPF 3 und der dafür verantwortlichen Mannschaft im Hintergrund schaffen wir maßgeschneiderte Lösungen, höchste Rechtssicherheit, individuelle Konzepte und Lösungen. Wir arbeiten nach dem LiquiFlex-Modell und generieren für jedes System das entsprechend passende, maßgeschneiderte Konzept. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.rpf-römisch3.de oder melden Sie sich per E-Mail bei uns. Wir beantworten Ihnen die Fragen gerne. Genau. trap und Vielen Dank.